Ja, und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Ich habe mit den zwei Spielen da gekämpft, war jetzt nicht so eine Challenge. Und ich bin da hinten reingegangen und da ist aktiv gar nichts. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist eher ein Weg, wo man hier wieder rauskommen würde. Also hier ist es dann recht dunkel. Und hier geht es nicht weiter, da ist eine Wand. Aber wenn ich mir die Karte hier anschaue, dann ist das der Raum, glaube ich, wo wir hin müssen. Also ich glaube, wo ich mal kurz gewesen bin. Aber hier komme ich einfach nicht drauf. Ja, also ein Problem, weil das ist ja an der Tür da. Entschuldigung. Ähm, hallo, wie wir liegen? Dankeschön. Weil ansonsten habe ich hier nichts. Ich habe keine Tür, kein gar nichts. Also, geht's mal bitte da hin. Dankeschön. Und ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich die Ogre nicht mehr habe. Beziehungsweise, habe ich noch... Habe ich das Horn eigentlich ansicht? Ja, ich hätte es eigentlich noch. Können Sie ja trotzdem mal probieren, sie nochmal zu rufen. Also wir gehen mal da rein. Das müsste ja dann ungefähr passen. Von der Location her. Tränke waren ja hier keine mehr. Okay, wir sind jetzt hier. Oh, das ist unser Gefängnis. Hier, glaube ich, habe ich ja schon mal geschaut wegen dem Loot. Hier, glaube ich, müssen wir weiter. Okay. Gehen wir da nach hinten. Genau, da hinten ist die Felsspalte, wenn man es auf der Karte sieht. Yo, ich glaube, hier müssen wir hin. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Grafbank? Aha. Oh no. Es ist Rätselzeit. Ähm, ja. Na toll. Ich habe natürlich keinen Hinweis. Wohin? Was passiert, wenn ich das dreh? Muss vielleicht alles helle nach da oben? Oh, das geht sich ja gar nicht aus. Okay. Ja, super. Ähm... Ähm... Ja, keine Ahnung. Ähm... Wie krieg ich die Hellen da nach oben? Ne, tun wir mal drehen. Okay, ich möchte mal die dunklen irgendwie da nach unten haben. Okay. Okay. Aber vielleicht? Ne, das scheint es auch nicht gewesen zu sein. Hm, da ist jetzt alles hell. Den einen Hellen bräuchten wir halt noch irgendwie mal da oben. Warte mal. Warte mal. Könnte ich auch nicht passen. Jetzt haben wir hier zweimal dunkel da oben. Oder... Wird man so... Ne, das geht schon mal auch nicht auf. Wie, ich muss... Oh, ich... Ja, toll, jetzt da noch Hinweis suchen. Ähm... Da muss ich das ganze Lager nochmal durchsuchen. Okay, ähm... Da werden wir vielleicht ein paar Leute dafür hassen. Aber ich... Schau mir mal schnell an die Lösung für das. Beziehungsweise... Ich schau mir mal an... Wo ich den Hinweis dafür finde. Okay, machen wir das. Ich schau, wo ich den Hinweis dafür finde. Und dann versuche ich es selber zu lösen. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und ich weiß, wo der Hinweis ist. Und zwar... In dem Raum davor. Und da aber das Gefängnis ist, Da soll es ein Tagebuch geben. Und das soll ich lesen. Und das verrät mir die Lösung. Also dann gehen wir da mal wieder zurück. Und dann heißt es... Ein Tagebuch hier finden. Ja, kommt's hier. Wunderbar. Äh, da ist der Öger. Irgendwas mit... Hat's hier irgendwo ein Buch. Buch, Buch. Kerzen. Schriftrolle. Brennende Hände. Oh ja, das nehme ich mit. Äh, was? Was ist das? Geil. Dankeschön. So, einfaches Gift mitnehmen. Hier ist aber kein Tagebuch. Ein Tagebuch. Äh, ABS von Andere Götter. Elixier. Elixier, da kann Kultivierung. Nehmen wir mal mit. Okay, das haben wir Rezept gelernt. Einfaches Gift mitnehmen. Bücherstapel. Schauen wir mal. Nee. Holztisch. Nee. Schrank vielleicht. Tagebuch der Priesterin. Oh, okay. Dann wird's das sein. Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch. Wo ist das Tagebuch? Da. Lesen. Okay. Meistens, seit des alten Tagebüchs wurden grob herausgerissen, vermutlich zum Feuermachen. So bringen die in den Anreifenkreise die Vollmonde mit den Sternen überein. Und die Finsternis bleibt unten, wo sich hingehört. Der Abgrund ins Unterreich bleibt versiegelt. Ich räume ein, dass die Anrufung nicht nahensicher ist, doch ich musste zur Gunstar, der besteht, auf einige Komplizität verzichten. Ich habe mich immer gefragt, warum Selud mich aus der Halle der Wunder genommen hat und der Tempel als Priesterin hat dienen lassen. Vielleicht war die Staron. Hä? So bringen die ineinandergreifenden Kreise die Vollmonde mit den Sternen überein. Und die Finsternis bleibt unten, wo sich hingehört. Der Abgrund ins Unterreich bleibt versiegelt. Vollmonde mit den Sternen überein. Und die Finsternis bleibt, wo sie ist. Moment. Heißt das... Heißt das... Ich habe das dann genau umgekehrt gemacht? Lass da doch mal gucken. Genau. Die Dunkelheit bleibt da, wo es hingehört. Was zum... Okay. Und dann bleibt es vers... Also warte mal, wenn wir das komplett umgekehrt machen. Sprich das Dunkle nach da unten. Warte mal. So, wir müssen das da irgendwie dann nach oben kriegen. Okay, jetzt wollen wir das hier mal drehen. Das da drehen. Dann haben wir hier alles Dunkle. Ach, warte mal. Ne, das war falsch. Ähm... So. Okay, wir brauchen jetzt... Ähm... Jetzt ist hier auch alles voll mit Mond. Müssen wir das nochmal... Drehen. Ich muss das hier alles irgendwie dunkel kriegen. Also, ich hoffe, das stimmt so. So, nochmal drehen. Oh. Okay, ich war tatsächlich beim ersten Mal nah dran. Ich habe es nur genau umgekehrt gemacht. Okay. Ja, dann. Komm mal rein hier. Äh... Ja. Runter? I guess. Ja, ich gehe es aber weit runter. Möchte ich diese Ölfässer haben? Wasserfass, Wasserfass, Feuerschale. Moment, da hat es eine Kiste. Erstmal blindern. Nein, nein, nein. Nö, 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 nö. Geh, bitte. Äh... Nö, brauche ich nicht. Aber ich glaube, ich hätte gerne so ein Fass... Äh... Aufheben und so Waren hinzufügen. Shit. Überladen. Ähm... Inventar. Müsstest Ölfass. Das bestimmt noch nicht so viel. Ja, perfekt. Holzfass. Was haben wir hier drin? Komm, los knacken. Die ganze 20. Oh, bitte lass hoch... Ah, nervt. War ja klar. Äh... Komm, einmal noch. Naja. 19. Ah, shit. Will da rein. Ja, es war nix. Alle guten Dinge sind drei. Oh, yes. Okay. Komm, einmal rein in die Kisten. Nein, wieso geht sie denn immer raus? Geh hier rein. Ah, Kiste. Okay. Öffnen. Verschlossen. Geht nicht. Schluss knacken. 15. Jo, das war ein Fail. Komm. Einmal noch. Das letzte Mal. Ja. Ah, schad. Okay. Äh... Du... ...wärst das mal mitnehmen. Auch nicht mehr zur Warn hinzufügen. Okay. Gehen wir mal da runter. Oh, ja. Äh... Okay. Oh, da hinten ist... Oh, ja. Oh, ja. Unbedingt dahin. Hallo? Da, aktivieren. Yes. Wiegepumpt. Okay. Blaseball brauchen wir nicht. Können wir... Zielpunkt nicht erreichbar. Moment. Lass mal hier rauf gehen. Können wir... War das jetzt gut? Äh... Die Lichter sind jetzt zum... Oh, oh. Was zum... Warte mal. Inventar. Äh... Äh... Ich glaube, wir kriegen hier gleich Stress. Warte mal. Du hattest doch auch so ein Fass gehabt, oder nicht? Oder was du das? Shit, wer hat das Fass gehabt? Wo ist das... Wo ist das scheiß Fass? Ähm... Hä? Warum sehe ich jetzt mein Fass nicht mehr? Das gibt's doch nicht. Ähm... Kannst du mal... Inventar und Ausrüstung... Wo ist das scheiß Fass? Ach... Du hast noch ein Fass. Kalach. Äh... Du hast zwei. Kalach. Inventar. Fass. Da. Zurückbleiben. Weil der wird jetzt hier jeden Moment durchkommen. Äh... So eine Scheiße. Okay. Okay. Ich muss ja noch frühzeitig... den... den... den Rundmarsetten-Modus anmachen. Komm, mach's kaputt. Du schaffst das. Das ist... Das ist doch ein bisschen lange. Wer da... Was bist du eigentlich? Oh... Ein Minut... Tau. Wir könnten doch eigentlich... Eigentlich hätten wir einen Ball abschießen können, ne? So, er muss noch einmal treffen. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Anschießen. Okay. Zug beenden. Und dann... Feuer. Die Runde beenden. Und da hinten, glaub ich, war noch so ein Fass, oder? Genau da, wo er steht. Ich ist unterbrochen. Scheiße. Ja, weil er davor ist. So ein Scheiß. Na gut. Dann schießen wir halt ihn direkt an. Fehlschlag. Ja, jetzt geht's wirklich los. Göttliche Führung. Das Ziel hat... Nee. Oh, geil. Da ist was tot. Das war nix, aber du konntest dich mal heilen. Ja, ich glaub, das war's für dich. Nice. Okay, bevor wir uns ihn angucken. Hier hat's nix mehr. Holzkiste. Ja, nix interessantes. In den Kisten vielleicht ein Trank oder so. Nö. Nö. Strahl der Übelkeit. Oh, ja. Auch nix interessantes. Okay. Dann schauen wir mal, wo der herkommen ist. Ja, das sieht ja... ...sehr einladend aus hier. Wir könnten halt die Sachen mitnehmen. Später dann für die Alchemie. Was ist da? Letzt Spalte. Oh, okay. Dann wirst du jetzt erstmal wieder klein. Würde man sagen... ...no. Ah, okay. Jetzt sind wir hier drin. Ja, okay. Hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Ultimistenfeuer kannst du haben. Nö, Zeit brauch ich auch nicht. Um Skelette vielleicht irgendwas Sinnvolles dabei. Na, nur Knochen. Okay. Oh, das sieht schon geil aus hier. Muss ich schon sagen. Oh, Nachtlicht. Ähm... Tut die uns was? Was ist, wenn ich die angreife? Angriff, Fernkampf. Ach, Scheiße. Da ist noch ein Minotau. Ähm... Könnt ihr mal herkommen? Ähm... Ich würde gerne mal aufheben. Allgemein... Gegenstände. Ach, wieso geht... Warum kann ich das aus dem Menü nicht machen? Da. Angriff, Fernkampf. Okay. Ah, wir brauchen Feuer. Und zwar da. Ansonsten... Bleibt da stehen. Scheiße, 84. Und Fehlschlag. Ah, gut. Stufe 2. Einmal schön reinzwirbeln. Ja, das hat gezwirbelt. Ja, das hat gezwirbelt. Giftresistenz. Ja, nein. Das war's. Ah, Kampfrausch. Sehr gut. Ähm... Fernkampf. Und Schuss. Und mehr geht nicht. Scheiße, es sind zwei, sehe ich gerade. Oh, Gott. Autsch. Yo. Das wird... Das wird ein Problem. Wie gehen wir nach hinten? Ah, das ist ganz schlecht. Scheiße, ich würde sie mittreffen. Ähm... Heißt, das Rollen in Donners. Einfaches Gift ist schlichtes Gift. Okay. Ähm... Scheiße, nein. Das bringt auch nichts. Oh, wir müssen da nochmal voll reinzwirbeln. Ah, so ein Shit. Wundenvorsachen. Fehlgeschlagen. Das hat's aber dafür gebracht. Scheiße. Ob ich den schubsen kann? Zu schwer. Ja, fuck. Ja, machen wir mal. Scheiße, sie brauchen sogar einen Vorteil. Zu schwer. Ja, scheiße. Uh. Oh, fuck. Ah, wir haben ein Problem. Oh, reinzwirbeln. Alles, was geht. Ähm... Okay, einer down. Yes. Health ist okay. I am death. Ah, wie wir da bist. Und mehr kann sie nicht. Scheiße, wir brauchen... Ja, heilen musste jetzt sein. Oh, geil. Stimmt. Da kann man ja natürlich dran sind. Oh, das hat ja mal richtig zwirbelt. Ah, Lichtsäure. Zieht sich... Person festhalten. Ähm... Personen festhalten. Muss man aide sein. Oh ja, die Schwächen. Nice. Zugwenden. Stummangriff. Ist das schlau. Hm. Ja, aus dem Gleichgewicht. Ja, aus dem Gleichgewicht. Okay. Ah, was mach mal. Waffnen, entwaffnen. Doppelschlag. Wohl ich Angriff nachkomme. Und verängstigt. Oh ja, geil. Rücksichtslos. Und reinschmeißen. Ähm... Das mit den Tränken ist halt echt ein Issue. Okay. Reinschmeißen. Ja, wir haben's geschafft. Oh, einmal letzter unwürdigen Gewerter. Das ist jetzt gegen Heapschaden gewährt. Obwohl kann durch... Wuchtschaden. 105 Gold. Und noch nix. Geil. Okay, wir speichern hier mal. Mit Schleichen wäre natürlich eine Option. Komm, mach das mal kaputt. Ich will wissen, ob die Sporen dann weggehen. Nee, die gehen nicht weg. Leute. Kurze Rast. Und wir werden uns alle mal verstecken. Hm. Hm. Ah. Den ganzen Gesetze soll ich meine Stimme in Ruhe bringen. Okay. Okay, die Dinger tun uns nichts, so wie es aussieht. Kannst du das einsammeln, bitte? Dankeschön. Was passiert hier? Einfach mal schön schleichen. Oh, da kommt man nach oben. Da, Holzkäste. Nächstes Rennen. Lass mal nach da oben gehen. Schauen wir mal, ob wir rauskommen. Oh, Fallen. Da war die Falle. Ja, was? Warum geht sie dann trotzdem rein? Ach, Mann. So, jetzt bin ich da oben. Amethystring. Hm. Nee. Nee, auch nicht. Oh, da habe ich immer alles mit. Wie komme ich jetzt da eigentlich wieder runter? Ah, warte mal. Hier geht es weiter. Okay. Und da wird es dann wieder runter gehen auch. Na komm, wir gehen jetzt mal hier rein. Dann looten wir halt alleine. Ponzi-Hals-Kette. Ja, da könnte man ein bisschen Gold machen. Verdient das Öl der Schärfe. Und noch ein Gift. Ah ja, Obst. Wer damit? Leuchtender Edelstein. Kiste, Holz, Kiste, Holz, Kiste. Bitte sag mal, dass irgendwann mal Trank drin ist. Ah, schwer, die Tue. Öffne verschlossen. Dietrich. Haben wir nichts mehr. Naja, schade. Und wir haben einen Aufzug. Geht nicht. Okay. Können wir nicht nutzen. Ja, aber wie komme ich jetzt wieder hier runter? Das hat echt ein Issue jetzt. Ja, Zielpunkt nicht erreichbar. Weil ich diese Scheiß voll wieder ausgelöst habe. Ich glaube, da kann ich gerade wieder laden. Ja, wenn ich mich da selber nicht mehr runterkriegen kann. Ja, super. Okay, Spiel laden. Unterreiche da. Ja, Spiel laden. Das ist dämlich. Und ich glaube, wenn ich so auf Entdeckungsreise gehe, sollte ich vielleicht nur mit einer Person laufen, damit die anderen nicht so in Fallen reinlaufen. Komm, Ball, los geht's. 60%. So, 100 ist nicht mehr weit. Gebühr, 80. Yes, 100. Okay. Wir sind wieder hier. Wir könnten auch hier nach unten gehen. Also, wir können auch nicht mal wieder in Schleichmodus. Ah, ja, jetzt kommt das wieder. Ja. Oh, der hat auch voll am Vibrieren hier. Komm. Komm, haben wir das Nachtlicht ernten können. Natur fehlgeschlagen. Warte mal, einer von unserer Gruppe ist fast am Sterben. Äh, hab ich? Chartres. Okay. Ja, ich hab kein Schaufen mehr dabei. Äh, was? Was about us denn? That thing could chomp me in two. How much farther can I go? Äh. Fackelstelz. Mach mal Angriff. Das war eine gute Entscheidung. Was ist das? Was ist das? Okay. Aha. Was? Mikronide. Giftspore. Ähm. Machen wir mal mit. Jo. Irgendwas ist vor uns, was hier schon mal ein bisschen aufgedäumt hat. Ah, nehmen wir mit. Und noch mehr von diesen Pilzen. Das soll ein Dorf sein. Ah, ich glaub eh, das ist gemeint. Noch. Ja, ich glaub hier werden wir Stress kriegen. Schön leise runter. Oh, wir gehen mal weiter runter. Oh, wir gehen mal weiter runter. Was haben wir hier? Ah, ah, ah. Wahrnehmung. Edelstein. Äh, okay, den hab ich echt nicht gesehen. Ah, ich kann diskret sein. Kein Grund zum Blut vergießen. Überzeugen. Wir probieren's mal. Oh, scheiße. 15. Bonus hinzufügen. Bitte lass mich nicht fail. Bitte, 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 bitte. Nice. Ähm, ja, was macht ihr da? Hm, habt ihr wirklich jemanden wegen ein paar Stiefel getötet? Äh, ja, aber es ist ein Hebel. Oha, wie gleich du? Ähm, ja, 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 ja. Wollen wir uns da wirklich einmischen? Oh, ne, das ist auch so, ey, da. Was? Musst du da nicht mal gut vergessen? Ich spiele gerne. Was? Oh, ja, doch. Oh, ja, das muss sein. Ähm, ja, eigentlich guter Hinweis, wie sieht die überhaupt aus? Deep Gnome-Slave. They all look the same. But this one's got fancy boots. She's with the rest of our expedition across the lake. Special mission for the absolute. Ja, gut. Also, wieder so absolut wahnsinnig. Äh, haben wir hier noch was? Nö, aber da ist er. Login haben wir hier. Komm ich denn da überhaupt weiter? Ähm, hier hat es noch einen Pfad. Wollen wir mal da nach unten gehen? Wird man eigentlich meinen, das wäre irgendwie so ein Fischer-Doof. Big Boat detect? Oh ja, geil. Okay, ähm, was kann man damit machen? Verwenden. Aber das ist rot. Natürlich, auch gut. Ich möchte mal ganz kurz speichern. Was passiert, wenn man dieses Boot verwendet? Hm, ich glaube, das müssen wir sowieso. Also, machen wir es mal. Oh, geil. Ach, die... Ah, ich dachte, das wären eigentlich zwei einzelne. Oh, okay. Oh, oh. You! What are you doing on Gexraft? Ich arbeite für Gek, ich suche den Stuhl für seiner Kommandantin. Hm. Hm, ja. Ähm, soll ich einen Kampf wagen, oder? Hm, 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 hm. Ja, komm. Was soll's? Schau mal weg in den Stiefeln, das kann doch nicht so schwierig sein. Haben wir einen Versuch, was mehr hat? Ich finde es irgendwie schön, dass man da in den Stiefeln ist, so... Ernst jetzt? Ah. Alter, die haben alle... Nö, 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 nö. Okay, das war ein Fehler, dass wir da jetzt mit dem Boot weggefahren sind. Ähm, auf den Stress will ich mich jetzt eigentlich gar nicht einlassen. Ich weiß noch mal, ich wollte es ja eh sehen, was passiert. Ich meine, die Warnung hätte ja eh schon das sein müssen, dass das Boot ja rot war beim Benutzen. Also, war nicht so bueno. Also, wir hätten die anderen angreifen können und hätten da dann einen auf den Deckel gekriegt. Oder halt jetzt hier. Alles hat so seine Konsequenzen. Ich glaube, es ist schon mal interessant gewesen, dass man, wenn man da so eine Schlacht auf dem Wasser hat, wie das dann wäre. Wer hat schon irgendwie die Abwechslung. Hm. Na gut. Stiefel suchen kann ja nicht so schwer sein. Okay, hier ist wieder alles gut. Aber bezüglich Stiefel, wo müssen wir denn da überhaupt hin? Oh, das ist recht groß. Ich würde mal vermuten... Also, da ist irgendein Ausgang. Dass es dann irgendwo hier sein wird. Ja, gut. Liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir... Wieso bin ich denn da so tot? Ach so, weil Schlamm. Alles klar. Okay, liebe Leute. Wir machen das in der nächsten Episode. Und dann suchen wir diese Stiefel. Und dann werden wir übersetzen mit dem Boot. Und dann mal schauen, was wir auf der anderen Seite so sehen werden. Spannend. Aber ich hoffe, wir kriegen nicht mehr von diesen Minotaurn da zu sehen. Die zwirbeln ein bisschen. Bis dahin. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Video. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.